Ja hallo Leute, it's rainbow time und ja. Nächste Mission Südhalle. Ich bin auch wieder dabei und ich habe jetzt die G3 und du nicht. Mein Lieblingsgewehr. Ja, sei es in Battlefield 3 oder sonst was. Battlefield ist scheisse. Äh, what? Ach warte, kann ich das hier irgendwie fallen lassen? Die G3? Ja nur wenn eine andere Waffe da liegt. Oder Moment, Moment, Moment. Willst du dich selbst killen oder wie? Nein, geht nicht. Geht nicht, oder? Soll ich mich da abseilen oder wie? Kann man auch da durch die Tür? Nickcam. Moment, äh. Hier ist nichts. Okay. Dann geh ich hier runter, okay, ja. Ach so, da hier. So ein Fenster, wo man reinspringen kann. Ja und da sind wohl auch Gegner drin. Okay, also ich geh da die Treppe runter. Ja, da sind Gegner, da sind Gegner. Und zwar nicht so knapp. Okay, ich schau da kurz unter der Tür durch. Okay, geh du dann einfach rein und wenn du reingehst, dann komm ich, äh, von der Seite und dann haben wir so einen coolen Überraschungseffekt. Okay. Okay, du bist da? Okay. Mich haben sie irgendwie entdeckt. Okay, mich hat er entdeckt. Aber ich krieg noch keinen Schaden. Äh, wo bist du? Okay, geh mal rein. Oh nein, ich will da einbrechen. Ah, jetzt sehe ich dich. Wir sind da oben. Ach, ich sehe euch. Ah, cool. Siehst du noch jemanden? Ich habe ihn. Äh, müsst ihr runterkommen oder ich hoch? Ich glaube, ich muss runter, steht da bei mir. Okay, jetzt, äh, wenn wir uns ziehen, kann ich jetzt eine Waffe aufnehmen und du kannst dann die G3 nehmen. Okay. Du musst noch eins runter. Ja. Also ich komme zu dir einfach. Wow, da sind Gegner. Immer noch. Ja. So. Lol. Ah, okay. Äh, bist du hier? Okay, dann, äh, treffe ich sie hier hin. Ja, hab sie. Gut. Dann hole ich mir die MG36. Äh, wie kann ich Schalter-MV aufsetzen? Z? Äh, einfach lange auf der Nachladen-Taste bleiben. Das ist bei mir. Ah ja, genau. Mach ich das auch mal? Nein! Scheiße! Äh, Granate geworfen. Fuck. Wir haben besucht. Ach, dann Zivilisten. Rennen alle Zivilisten so doof? Okay, ähm, besichtet man nochmal Gegner? mit T. Ja. Okay. Soll ich sie abknallen? Oder soll ich warten? Okay, ich knall sie ab. Okay, da ist so ein Turmschütze. Wow, 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 wow. Ja, ich weiß, ich habe gerade gefehlt. Ich habe die Granate aus der Hand verloren. Komm zu mir. Mach sie, mach sie. Schaltet sie aus. Oh, neuer Gegner. Schön. Immer schön, wenn man süß neue Leute trifft. Huch. Ui. Da sind echt eine Menge Gegner. Was? 12? Nein. Ähm, wo seid ihr? Ihr seid hinter mir, okay. Oh, Moment, da kann ich ausrüsten. Ui, ja, ja, da sind Zivilisten. Kann ich nicht mehr Granate wechseln? Hä? Ich bin da noch am ausrüsten. Warte kurz. Ich bin tot. Die hätten sonst auch eine K3. Wie, wo kommt man jetzt ausrüst? Was? Ich habe das gar nicht gesehen. Achtung, Achtung. Oh. Wie die Oh. Was ist doch, bis ich da bin? Okay, ich lade. Ja, das war der Checkpoint hier. Wow, wow, wow. Wow. Granate, einer Granate geworfen. Auf kurze Entfernung töten. Okay, da gibt es zwei Räume. Also nein, zwei Durchgänge, sagen die es so, ja. Da ist einer. Geh, geber. Die haben alle G3. Also, ähm. Wenn ich keine hätte, hättest du auch sonst jetzt einer gekriegt. Shit. Bist du wieder da? Ja. Ja. Wie schild. Meine G3 hat jetzt 41 Schuss. Wie 41 Schuss? Großes Magazin. Ah, okay. Wow, wow. Oh, scheiß. Ähm. Aua, Hilfe. Die waren überall. Sie waren überall. Wie waren umzingelt. Ah, da geht's lang. Da geht's lang. Und da sind auch nicht so wenig Gegner. Huch, huch, huch. Ui, Lenkranate. Hilfe. Äh, weißt du, wo er ist? Irgendwie ist da noch einer. Da. Ja. Sie rennt da. Äh, äh, hinten. Irgendwo ist noch ein Gegner. Das ist, ähm, noch doof. Da. Hast du ihn? Was? Ja, ich hab ihn. Gut. Zurück zu mir. Nick Cam. Ausrüstung. Ah, okay. Akt 2. Ausstellung. Lade-Docs steht bei mir. Okay. Kurz Munition nachholen und so weiter. Was willst du auf deiner G3? Bist du zufrieden mit großem Magazin, oder? Jo. Okay. Ich geh nie in den Zoom-Modus. Immer aus der Hälfte. Jupp. Ich schiesse am besten aus der Hälfte. Dich auch bei Battlefield. Ich hab hier ein Sniper. Und ein paar, die mal wieder herumrennen. Meisterschützen Level 9. Oh, 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 oh. Okay, ich geh mal raus. Also ich bin schon raus. Hier müssen die irgendwie zu diesem Wagen. Check den Van, Junge. Check den Van. Sharon Jatt. Jut. Zaron Jut. Ich schlage vor, ihr teilt euch auf, dann seid ihr schneller. Wo soll Wawawa? Ja genau, aufteilen. Wie in den Horrorfilmen. Okay, dann geh ich oben lang. Wenn da einer schießt auf mich. Auf mich, auf mich, auf mich. Einer schießt auf mich. Einer schießt auf mich. Was? Ist da rechts von mir? Okay, das ist gut zu wissen. Ah, du bist auch da. Okay. Musst du ihm alles abknallen? Alle. Alle Feierlöscher. Oh, ein rotes Fass. Danke sehr. Warst du das? Nein. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht.